Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich mir mal wieder etwas liefern lassen. Ich lasse mir ja seit längerem meine Getränke von flaschenpost.de liefern und relativ viel Tiefkühlkost von der Firma Bofrost. Über beides habe ich in meinem Kanal schon Berichte gemacht, habe die Erfahrungen, ich bin da mehrere Jahre auch schon Kunde, die Erfahrungen kundgetan in den Videos. Ich würde sie euch unter dieses Video hier mal drunter setzen, falls ihr Flaschenpost, Bringservice und Bofrost, das ist ja auch ein Bringservice, interessiert seid. Diesmal habe ich die Firma Rewe beauftragt, mir Lebensmittel zu liefern, einiges von Frosta, weil ich das schon mal ausprobieren wollte. Tiefkühlkost, dann ein paar andere Sachen, Haarmilch, Bio-Haarmilch und so weiter, habe ich mir bestellt, beziehungsweise ich zeige euch mal dann hier folgend, habe ich mal ein paar Aufnahmen von der Internetseite gemacht, was es da so alles gibt. Das ist gigantisch, man kann sich da also wirklich in aller Ruhe die Sachen aussuchen. Ich plane einfach über die Rewe meine Vorräte zu bestellen. Also ich sage mal, ich bin da jetzt eigentlich nicht drauf aus, meine Tomaten und Bananen und Brot und was weiß ich, was ich halt immer brauche zu bestellen, sondern ich plane eigentlich alle zwei Monate mal eine größere Lieferung zu bestellen, Haarmilch, mehrere Sachen, die halt dann, die man länger halten kann und die man halt regelmäßig braucht, damit ich die nicht zu schleppen brauche. Das Gute bei Rewe ist, wenn ihr bestellt, wenn ihr über 50 Euro bestellt, ist die Lieferung kostenfrei, wenn ihr euch eine Lieferzeit aussucht, die grün ist. Ihr bekommt dann im, ich zeige euch das gleich auch, ihr bekommt dann im Internet verschiedene Liefertermine zugewiesen, die ihr euch aussuchen könnt. Alles, was grün ist, das sind dann teilweise der Vormittag von einem Tag oder der Nachmittag oder schon mal ein ganzer Tag. Es gibt aber auch die Möglichkeit, kleinere Zeitfenster, nur zwei Stunden zum Beispiel sich auszusuchen. Alles, was grün ist, was also noch nicht besetzt ist, ist auch ohne Mehrpreis. Wenn ihr jetzt unbedingt wie alle anderen um Freitag um 18 Uhr beliefert werden wollt, dann müsst ihr dafür zusätzlich Geld bezahlen. Also da ist man sehr flexibel. Da ich meistens im Homeoffice zu Hause bin, ist mir das egal, ob die morgens, mittags oder nachmittags kommen. Insofern suche ich mir da irgendwas ganz normal aus. Deswegen habe ich auch zum Beispiel mit flaschenpost.de und mit Bofosten Probleme, weil die können eigentlich zu jeder Zeit kommen. Ja, das bestelle ich mal. Ich werde hier jetzt bei dieser Lieferung auch mal Obst bestellen, weil ich einfach sehen möchte, wie kommt denn das an? Kommt das noch im Ganzen an oder sind die Bananen immer noch krumm oder sind sie vielleicht dann gerade gebogen oder so? Einfach mal, um es auszuprobieren. Ich werde das dann mal filmen, wenn es angekommen ist. Das zeige ich euch dann mal. Es ist halt einfach erstmal so eine Testlieferung. Und ja, ich gehe jetzt mit euch an den Rechner. Dann gucken wir uns die Internetseite an und dann schauen wir mal, was geliefert wird. So, dann sind wir jetzt hier auf der Seite von REWE Dein Markt. Ja, es ist halt, ich habe mich hier schon angemeldet, darum kennen die meinen Vornamen. Nicht wundern. Es ist so, das ist so viel, was hier drin ist. Das ist ein ganzer REWE Markt und noch mehr. Also teilweise sind hier Sachen drin, die mein REWE Markt um die Ecke gar nicht im Sortiment hat. Ich kann da jetzt nicht ins Einzelne gehen. Aber wir können hier einfach mal zum Beispiel reingehen. Hier oben könnt ihr euch alle Produkte aussuchen. Gehen wir hier vielleicht, fangen wir hier mal an. Na. So, und dann könnt ihr hier frische Kühlung, Tiefkühlung, Nahrungsmittel, Süßes, Kaffee, Getränke, Wein, Drogerie. Also nochmal, ich muss da jetzt nicht ins Einzelne gehen. Es ist halt REWE. Das ist ein kompletter Supermarkt. Ja, immer hier Obst und Gemüse reingehen. Hier könnt ihr euch ja jeweils aussuchen. Hier sogar einzelne Bananen. Also die Banane wird hier angegeben mit 200 Gramm pro Stück, 34 Cent. Und dann könnt ihr hier dann reingeben, wie viel ihr haben wollt. Und dann geht es hier weiter. Blablabla. Ich meine, klar, die Fotos sind natürlich alle super toll. Deswegen bin ich mal gespannt, wie morgen meine Tomaten und meine Bananen aussehen, wenn die morgen im Lieferservice ankommen. Aber das, was ich bisher gehört habe, ist sehr gut. Frische Kühlung, ja, also alles, was mit frische Kühlung zu tun hat, das ist hier, es hört gar nicht auf. Das sind 70, guckt euch das an, 70 Seiten. Also 70 Seiten mal das hier alles. Das sind hunderte Sachen. Aber das Tolle ist, man muss halt nicht abends durch den Laden rennen, sondern man kann auch mal gucken und sagen, ach guck mal, das haben die auch und das haben die auch. Das ist also meiner Meinung nach wirklich sehr schön. Ich bin ja übergegangen, wie ich eben schon sagte, die Sachen, die schwer zu tragen sind, wie die ganze Haarmilch für meinen Latte Macchiato und so weiter, Vorräte, die ein bisschen schwerer sind, die suche ich mir hier jetzt aus. Oder eben, um meine komplette Tiefkühltruhe voll zu machen, die muss ich, da muss ich ja nicht dann hinfahren, sondern das lasse ich mir einfach liefern. Und wenn ich keine Lieferkosten habe, die Preise bei Rewe sind meiner Meinung nach in Ordnung für gewisse Dinge. Diese Ja-Produkte kaufe ich sowieso bei denen sehr oft. Also insofern passt das schon. So, ja, also wie gesagt, guckt euch das dann selber an bei Rewe und dann hier gibt es also alles Mögliche. Es gibt hier sogar, habe ich gesehen, mal gucken, irgendwas mit Theke gibt es hier. Tiefkühl, frische und Kühlung. Servicetheke. Das heißt also, ihr könnt euch auch hier zum Beispiel ein halbes Pfund gehacktes oder eine Hähnchenbrust, 200 Gramm oder, ja, guckt euch das an hier. Das hört nicht, na gut, das hört hier auf. Also man kann sich sogar hier auch aus der Frischetheke, junge Koteletts, beziehungsweise Koteletts hier, Spieße, das sind dann frische Sachen aus der Frischetheke, sag ich mal. Schwein, Rind, Lamm, Pute, wenn man hier auf Pute, na gut, haben wir jetzt Putenschnitzel. Das kann man sich dann auch entsprechend bestellen. Ja, ich gebe die Bestellung auf, werde euch da informieren und dann werden wir mal gucken, wie die Sachen dann auch bei mir in den nächsten Tagen anfangen. Ja, hier könnt ihr jetzt meine Bestellung sehen. Ich habe mir jetzt von hier oben angefangen Biomilz, zwölf Stück geholt, dann hier Speisequark, fettarmer Joghurt, Bezell-Margarine, dann aber auch Bananen, um einfach mal zu schauen, wie Obst angeliefert wird und dann relativ viele Sachen von Frosta, weil ich bin ja, das wisst ihr von meinem Kanal, Bofrostkunde, wollte aber auch mal die Frosta-Sachen ausprobieren und praktischerweise hat Rewe die komplette Frosta-Produktpalette und die habe ich jetzt einige hier von bestellt. Insgesamt ist jetzt meine erste Bestellung hier knapp 64 Euro. Ihr seht, ich habe hier keine Liefergebühren, die sind hier unten 0, also wenn ihr 50 für 50 Euro bestellt, dann sind die Liefergebühren 0, wenn ihr euch einen freien, einen freien, ein freies Lieferdatum aussucht, also einer, der noch frei ist. Hier oben habe ich mir den ausgesucht, das ist der 15., also morgen zwischen 16 und 18 Uhr. Ich hatte drei Stück zur Verfügung, jetzt gerade wo ich bestellt habe, es ist etwa 19 Uhr, das heißt abends 19 Uhr habe ich in Ruhe mich hier hingesetzt und habe das alles mal probebestellt, jetzt mal unterschiedliche Sachen. Es geht mir hier eigentlich um den Vorrat und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das entsprechend dann morgen aussieht, ob sie pünktlich liefern und wie die Sachen dann aussehen, aber da seid ihr natürlich auch wieder mit dabei. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus nach der Lieferung. Ich bin allerdings etwas irritiert. Ich hatte zum Beispiel Bio Haarmilch bestellt, die hatten sie nicht und haben mir dann einfach normale Haarmilch geschickt. Ist natürlich billiger, klar, aber ich sage mal, wenn ich Bio Haarmilch bestelle und die steht als als Lieferbar online drin, finde ich es verwunderlich, dass ich dann statt Bio Haarmilch normale Vollmilch Haarmilch kriege. Dann habe ich mich gewundert, ihr habt sicherlich gesehen, ich habe eine kurze Aufnahme von dem LKW gemacht. Das ist ein normaler Transporter und ich habe hier jede Menge, jede Menge Gefrier getrocknet ist. Das ist jetzt natürlich noch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Sachen sind teilweise schon ein bisschen, die sind nicht mehr richtig gefroren. Also ich bin der Meinung, Rewe sollte eigentlich mit Kühlfahrzeugen rumfahren. Also bei den Sachen hier geht es ja noch einigermaßen, aber ich sage mal, bei tiefgefrorenem hier die ganzen Froster Sachen, Schlemmerfilets und so weiter, das sind eigentlich alles Sachen, die richtig gefroren sein sollten. Die machen einen kalten Eindruck, ich kann das jetzt nicht prüfen, aber das hat mich doch sehr gewundert. Dann haben wir hier die Bananen, die sehen gut aus, ganz normal. Ja doch, okay, doch nicht normal. Hier die ist zermatscht, die hier auch, die ist komplett zermatscht. Hier, komplett, hier ist ganz weich, da ist irgendeiner dran gekommen, das ist frisch, aber die ist zermatscht, die ist halb zermatscht und die ist auch ein bisschen zermatscht. Hm, das ist jetzt, muss ich sagen, liebe Rewe Lieferservice, GmbH oder was auch immer ihr seid, das war jetzt für die erste Bestellung nicht so gut. Ich werde jetzt ganz schnell die Sachen in dieses Kühlfahrt räumen. Ja, das hätte man glaube ich besser machen können. Ja, also ich habe jetzt die ganzen Gefriersachen relativ schnell in die Truhe geräumt, dass die also jetzt nicht auftauen, beziehungsweise zum Teil auftauen. Da war teilweise auch Fischbordelais mit dabei. Das ist glaube ich nicht so toll, wenn die irgendwann mal antauen und dann man die nachher wieder einfriert, dann wieder auftaut und dann isst. Das hat mich jetzt wirklich irritiert. Die Herrschaft, das waren zwei Männer, die freundlich waren, korrekt waren, die kamen aber mit einem gemieteten Lieferwagen an. Also ich hatte mir jetzt eigentlich den Rewe Service mit Thermoaufbau vorgestellt. Das war ein normal angemieteter Lieferwagen. Könnt ihr auch sehen, ich habe von oben mal eine kurze Aufnahme gemacht, von welcher Autovermietung das war und der war nicht gekühlt. Da war kein Kühlmotor drin und da frage ich mich, wie kann man denn gekühlte Sachen und vor allen Dingen auch Gefriersachen mit einem normalen Wagen rumfahren? Das muss ich ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen gestört. Dann zum Zweiten, ich hatte extra, habe ich eben auch schon gezeigt, ich hatte, weil ich eigentlich nur Bio-Haarmilch trinke, Bio-Haarmilch bestellt, die war auch lieferbar und kriege jetzt die normale Haarmilch, die ganz normale Billig-Haarmilch geliefert. Zwar billiger, klar um die Hälfte sogar billiger, aber ich wollte nicht billige Milch, ich wollte Bio-Milch haben. Finde ich auch nicht so gut, dass man also da, ich habe gestern Abend bestellt und heute wird geliefert. Von gestern auf heute muss es ja eigentlich nur lieferbar sein, wenn es da als lieferbar gilt. Finde ich nicht gut. Wie gesagt, ich hatte einen schönen Rewe-Lieferwagen mit Kühlung erwartet. Gut, was soll's. Ein zweiter Punkt, ich habe mal kontrolliert jetzt, also es stimmt alles, es ist alles völlig in Ordnung. Also es fehlt nichts, es ist auch nicht zu viel dabei. Auch noch ein Punkt, der mich gestört hat von den Bananen, war eine, die ist wirklich komplett zermatscht, eine ist halb zermatscht und eine ist so ein bisschen angekitscht. Finde ich auch nicht so toll und ich habe ja, ich möchte nicht wissen, was das dann, wie das dann läuft, wenn ich zum Beispiel jetzt Tomaten oder sowas bestelle, wie die dann ankommen. Also die haben auch, ich habe gesehen, unten in dem Lieferwagen, fünf Minuten bevor sie raufgekommen sind, haben die Herrschaften auch rumgearbeitet, gesucht, von der Tür zu der Tür und was weiß ich was. Ich sage mal, wenn es jetzt draußen, im Moment sind es draußen 20 Grad, aber wenn wir jetzt wie in den letzten drei, vier Wochen 30 oder 40 Grad haben, dann will ich nicht wissen, wenn die Kisten fünf Minuten, nur fünf Minuten, selbst wenn die mit dem Kühlwagen gekommen wären, wenn die Kisten dann fünf Minuten draußen stehen, bei 30 oder 40 Grad, wie das dann aussieht. Das waren ganz normale Kisten. Und dann muss ich sagen, stört mich eins, ich meine, toll ist ja, dass wir nicht mehr mit Plastiktüten arbeiten, das ging ja gar nicht, sondern wir haben hier sehr schöne Papiertüten. Aber ich habe jetzt hier oben von diesen schönen Papiertüten bei meiner Bestellung sieben Stück. Wieso kann man das nicht, die haben unten diese Boxen, wieso kann man das nicht in die Boxen tun, rauftragen zum Kunden, oben auspacken und dann wieder wegnehmen? Weil mit sieben Tüten pro Bestellung so viel, das muss ich ja dann wieder recyceln, das muss ja auch nicht sein. Also die Firma Bofrost macht das so, die kommt wirklich mit den Sachen in einer Box hoch, packt mir das alles auf den Tisch, wir kontrollieren, was es ist, er geht wieder. Und dann habe ich keine Tüten, keine Plastik und gar nichts, keine Verpackung da, finde ich, könnte man auch ein bisschen besser machen. Steht zwar drauf, ist aber in Ordnung. Also alles in allem jetzt die Lieferung, es war alles in Ordnung. Die Bestätigung meiner Lieferung, ich habe E-Mails bekommen sofort, so und so und die Zeit ist eingehalten worden. Die haben mir freundlicherweise eine halbe Stunde, bevor sie gekommen sind, ich hatte ja ein Zeitfenster mir ausgesucht von zwei Stunden. Also das war schon sehr knapp eigentlich, also da muss man da nicht den ganzen Tag planen. Das war auch umsonst, dieses Zeitfenster, das kostet nicht extra. Dann haben sie mir auf mein Handy, wenn man die Handynummer angibt, dann schicken die einem, kurz bevor sie kommen, nochmal eine Mail bzw. eine SMS. Das heißt, ich war in der ersten halben Stunde, bin ich beliefert worden. Hat alles wunderbar funktioniert, alles ganz toll. Ich habe gesehen, der Lieferservice anhand der E-Mails, wenn Nachfragen sind, von 7 bis 23 Uhr erreichbar und unter einer normalen Nummer. Auch das ist in Ordnung. Aber mit einem normalen Lieferwagen angekommen, ohne Kühlfahrzeug, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Ich werde das jetzt deswegen nicht komplett einstellen. Aber wenn das beim zweiten Mal auch so sein sollte, überlege ich mir das. Im Moment mache ich Pause mit Bofrost. Ich hatte ja schon in meinem Kanal einige Sachen mit Bofrost gemacht. Das ist soweit in Ordnung. Aber das ist mir ein bisschen unangenehm aufgestoßen. Das war eigentlich so die erste Geschichte. Ihr habt es ja miterlebt und gesehen. Ich finde es praktisch. Ich muss die ganzen Sachen nicht schleppen. Aber zum Beispiel jetzt mit der Milch. Ich hätte sie natürlich wieder zurückgeben können, klar. Aber ich brauche jetzt Milch, Haarmilch und naja gut. Finde ich nicht gut. War nicht in Ordnung. Also ich hatte ja einiges gesehen im Fernsehen, wie toll das alles funktioniert bei denen. Und die Internetseite, alles hammermäßig toll. Das sieht wirklich gigantisch aus. Ich habe euch ja auch ein paar Ausschnitte gezeigt. Aber die Lieferung jetzt, nee. Das sah irgendwie nicht so aus. Sie haben auf der Straße die Kisten hin und her geschleppt und gepackt. Das sah unprofessionell aus. Wirklich, Rewe, das sah unprofessionell aus. Die Männer waren nett, freundlich, kein Problem. Aber das sah nicht ganz toll aus. Ja, das soll es gewesen sein. Ich überlege mir das das nächste Mal, ob ich da nochmal bestelle. Ich werde euch dann und das Video auch ein bisschen was runterschreiben. Und werde euch da auf dem Laufenden halten. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Empfiehlt meinen Kanal weiter. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich werde von den Froster-Sachen, die hier drin waren, die ich jetzt bestellt habe, einiges auch testen. Und dann mal so ein bisschen vergleichen zwischen Bofrost und Froster. Habe ich mir die gleichen Sachen bestellt. Was da jetzt besser ist, was günstiger ist eventuell. Da werden noch zwei, drei Filme kommen. Also, wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr sofort informiert, wenn es da was Neues gibt. Und ansonsten habe ich ja auch sehr viele Themen auf meinem Kanal. Ja, abonnieren habe ich gesagt. Genau. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.